Hallo und somit herzlich willkommen zurück zu RadioNode. Heute geht es weiter mit einer anderen Map. Das letzte Mal lief es ja leider nicht so gut. Schade, schade. Wir schauen uns heute mal die Test-Map Fastfood an. Vielleicht haben sie die bisher etwas weiter bearbeitet. Mal schauen, ob es immer noch gleich aussieht, als damals, als ich es mal ausprobiert habe. Und da wir ja hier kein Gas brauchen, die mir recht klein ist, habe ich meine Teammates mal umgemodelt. Und ja, let's go. Mal schauen, ob es gut läuft oder nicht. Ich wette eher nicht. NAPD SWAT meldet sich zum Dienst. Kurz mal aus dem Fenster, aus der Tür geschaut. Holy shit, was ist denn da los? Da gäbe es ein neues Gebäude. Der Kamler läppelt sich raus. No, wait. Äh. Leute. Holy shit. Was läuft hier? Hier gibt es neue Gebäude. Ähm. Es ist ein bisschen ein Problem. Aber wenn es überall Leute, die festkommen werden müssen. Ähm. Es ist ein bisschen ein Problem. Aber wenn es überall Leute, die sind, dass sie sich sicher sind. Shit, ich habe keine Muni mehr. Was passiert hier? Was machen die? Sind hier einfach reingelaufen, Mann. Alter. Alte. Was? Wo? Was habt ihr getan? Oh, das ist ein Frons Shit. Habe ich dir zugebracht. Oh, zum Glück nicht. Was? Ähm. Und da kommen plötzlich einfach alle raus. Oh shit. Das wäre jetzt schiefgegangen. Hallo? Anyone? Ich glaube, der ist tot. Das war der, der noch nicht down war. Alter. Das hat mich mega überrascht. Plötzlich kamen einfach alle aus dem Raum dort raus. Es sind zwar alle gleich, aber ja. Das ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich jetzt die Muni getauscht? Habe ich gut. Den hatte ich schon. Habt ihr diesen Griff? Okay, zwei Mitarbeiter. Ich falle. Ihr kennt's. Voll das Schlachtfest schon wieder. Offensichtlich haben sie ja weitergearbeitet bei der Mä... Eigentlich wollte ich beim Drive-Thru durchgehen. Aber außerdem wurde nichts. Over me. Get in there now. Save. Fall in. Okay, hier kommt noch gar nicht durch. Drop it now. Drop it now. Drop it now. Make them secure. Secure. All ready for trailer. Okay, das sieht safe aus hier drüben. Schmeiß da mal ne Flash rein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alright, Breach, Shotgun, Clear with Flash Alright, Alright, Soll ich nach draußen führen? Komm mal kurz mit in die Ecke, wo du safe bist. Looks safe to me. Looks empty. Go, go, go! Alright, roger that. Ready to knock you down. Roger that. We'll take care of it. Alright. Provide some on me. On your six. Down on your knees. Get down. I want to see it. Hands up. Drop your knees. Move over there. Copy. We're moving out now. Drop your weapon! Go, go, go! Go, go, go! I don't know where he comes from. He's hiding somewhere. He's hiding somewhere. What the fuck? Secured and ready for trailers. I want to hear it. Hands up! Get on the ground down. Get on the ground now. 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 Oh fuck you. Eat this. Dad? Wo kam der jetzt her? Wir haben immer noch nicht alles gemacht, was wir hier machen müssen. Vielleicht habe ich auch irgendwie... Alright. Du hattest bloß eine Waffe. Ich glaube Suspects kann man nicht herumtragen. Was ist denn denn hier? Hohoho. Junge. Ne, warte. Ich will hier kurz nachschauen. Wo ist deine scheiss Waffe? Wo ist jetzt rot aufgesteckt? Was bist du? Bist du rot oder blau? Du bist wahrscheinlich blau, ne? Okay, das geht bloß in die Küche. Ich wollte die Tür nicht ganz öffnen. Fucking hell. Oh mein Gott. Manchmal. Aber trotzdem ganz gut. A plus. Und no TC. Naja. Gut, am Schluss. Gerade noch versaut. Kann passieren. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Radio Not. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen.